Einen wunderschönen guten Morgen. Diese Videos hier, die kleinen Neuerungen-Videos, die produziere ich jetzt schon seit iOS 11 und pünktlich jeden Herbst mit dem finalen Release der jeweiligen iOS-Version, da gehen dann Features viral, die hier an dieser Stelle bereits abgefeiert wurden. Und ich freue mich darüber jedes einzelne Mal. Jedes Jahr kann ich auf die eine bestimmte Videominute für ein bestimmtes Feature verweisen.